schülerin 18 stirbt nach angriff am gymnasium mutmaßlicher täter gefasst sankt leonroth großeinsatz an einem gymnasium im rhein-neckar-kreis eine schülerin wurde dort am heutigen donnerstag tödlich verletzt der mutmaßliche täter wurde inzwischen gefasst gegen 10 uhr und 20 minuten rückten die einsatzkräfte zu der schule in die straße im schiff aus wie die polizei mitteilte soll ein 18 jähriger schüler eine gleichaltrige schülerin angriffen haben diese verstarb infolge ihrer schweren verletzungen der zunächst flüchtige tatverdächtige konnte etwas später festgenommen werden laut aktuell im stand wird von einer beziehungstat ausgegangen die schule wurde am donnerstag vormittag evakuiert die jugendlichen an einer sammelstelle betreut mittlerweile gilt das schulgebäude als gesichert eine gefahr für die bevölkerung bestehe laut polizei angaben nicht getötete schülerin erste reaktionen aus der politik baden-württembergs innenminister thomas strobel 63 cdu hat den angehörigen der getöteten 18 jährigen schülerin in der gemeinde sankt leonroth sein beileid bekundet unsere gedanken sind bei den angehörigen und freunden der verstorbenen schülerin ihr leid muss unermesslich sein sagte der cdu-politiker am heutigen donnerstag nachmittag der deutschen presseagentur mit seiner tat hat ein heranwachsender einen anderen menschen mitten aus dem leben gerissen dank intensiver fahndungsmaßnahmen konnte die polizei den flüchtigen täter sehr schnell auffinden und festnehmen strobel dankte den polizei und rettungskräften der gesamten schulgemeinschaft wünschen wir dass sie dieses schlimme ereignis bestmöglich verarbeiten können 1 2 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020